So, herzlich willkommen diesmal bei Call of Duty Modern Warfare. Auch wieder dabei mit dem Leon, der auch schon bei COD4 dabei war. Sag hallo. Ich spiele heute wieder mit ihm Call of Duty. Ihr solltet hallo sagen, hallo, die begrüßen mache ich, ist ja auch egal. Wir spielen auch Ruzzle. Ja, das können wir sehen, dass wir auf was spielen. Und zwar, wir machen Only Sniper, 10 Minuten lang Quickscopen. Ich hoffe, ich sehe dich schon. Ja, okay, wir fangen an. Nicht zu viel No-Scope. Das war schon mal ein schöner Kill von mir. Ja, er ist leider in diesem Spiel ein wenig bevorteilt, weil ich das Spiel einfach irgendwie nicht drauf habe. Ich bin hier nur am Messern sehr gut. Wie man sieht, treffen die beide nicht. Aua, oder doch. Ich gucke mir immer schön die Killcam an. Ja. Wo war denn da der Quickscope, bitte? Immer kurz rechts Klick und... Ja, das war so quick, man hat noch nicht mal gesehen, dass du einen Scope hattest. Ich mache immer gerne Quickies, okay? Okay. Okay. Ja. Diesmal werden wir uns auch, glaube ich, nicht so sehr aufregen. Ja, ja, ja. Runter, ja. Oh Gott, ey. Ah, Gott. Alter, meine Hand juckt. Ah, meine Hand juckt. Ich muss stehen bleiben. Und ich treffe nicht, oh Gott, bin ich schlecht. Und ich muss nachladen, würde ich auch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Boah. Da war ich nur ein bisschen lang, Entschuldigung. Äh, ja. Pff. Ja, genau, genau. Entschuldigung. Ich habe die ganze Zeit rechts, links Klick gedrückt. Und jetzt muss ich nachladen, warum auch immer. Ich habe nur noch vier Schuss. Und das ist ein bisschen nervig mit dem Aufnehmen von Fweps, weil dann, dann hackt es immer so ein bisschen hier. Das ist... Macht es nicht gerade einfacher. Irgendwer stellt gerade Scheißen bei uns im Internet an, da mein Pink die ganze Zeit um 300 ist. Och, geht doch. Ah. Ich habe dich gesehen. Nein, ich habe mich nicht gesehen. Jetzt habe ich dich gehört. Alter. Ja, wie ich einfach mal mit Quickscopen gar nicht treffe gerade, weil ich immer viel länger rein scope als du. Der war gerade wohl lang genug. Ich weiß ja nicht, was du unter dem Quickscopfer steht, aber... Das heißt, so... Möglichst wenig ernst zu gucken. Geh, und ich muss schon wieder nachladen. Aber ich habe Munition. Wo bist du hin, du flitzt? Du flitzt. Gott, die Schüsse nicht treffen, wieso auch immer. Ah, das ist ja knapp. Ja, komm, fick dich doch. Alter, ist das nervig mit diesem Hängen hier. Meine Fresse. Das müsstest du dir mal angucken hier. Ich kann ja leider nicht die... die, 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 die Dingens, die Aufnahme beenden. Dass ich dann besser bin. Ah, ich treffe mich nicht und ich... Ja, du triffst mich, ist klar. Alter, bei mir trifft gar keinen Schuss, man. So wie du, so wie du rein scopes, geht das bei mir gar nicht, weil das bei mir gar nicht so schnell geht. Doch jetzt. Ja, jetzt schon. Es war klar, dass das kommt, wenn ich jetzt sage, dass es nicht geht. Genau. Ah, guck's auch immer schön, die Killcamp. Damit unsere Zuschauer... Ah, der war kurz. Ah, ist klar. Der war nicht. Und bei mir trifft nichts. Alter. Das kommst du auch nicht unbedingt länger rein als ich. Ich würde es ja gerne machen, aber das ist sehr schwer. Hiermit. Ja, nee, ich sag ja so... Nur, dass du mich beschwerst. So wie du das machst, würde ich auch bei mir... Ich würde es ja gerne anders machen, es geht aber ja nicht. Es hängt zu doll. Alter, da hättest du mir gerade übelst schon wieder. Oh, Fick. Drei Positionen hast du nur in der Luft statt, einen geraden Sprung. Ja. Sprung, Luftlandung. Ja. So wie gerade und noch ein ganz klein bisschen länger. Ja, den hab ich mir natürlich nicht angeguckt. Toll. Bin ich... Mache ich das eigentlich immer, aber das geht hier kaum. Sobald ich ins Coop gehe, leckt es rum. Du hättest jetzt auch nicht noch eine Millisekunde warten können, bis ich da drin war, um nachzuladen. Nein, ich hatte gerade nachgeladen. Ich musste jetzt wieder schießen. Ja, ich auch. Ah! Alter, wenn ich scope, ist das Scope anders von dir. Alter! Jedes Mal, wenn ich rein scope, seh ich dich noch nicht mal. Aber die macht echt keiner recht, Alter. Der Max scopet sie zu lang rein, ich zu kurz. Oh, eine Millisekunde zu schießen. Ja, der Max scoped auch zu lange. Ja, Simon und Lukas. Ach, die haben's auch nicht drauf. Ah, wo bist du? Ich rieche dich. Das war so knapp gerade. Ach, da. Die ganzen Schüsse waren so knapp an dir vorbei. Ich hab nicht mal auf die Idee, mal hochzugucken. Ach! Rennen wir halt durcheinander durch. Yay. Yay. Ich darf mir wieder nachladen. Beide! Oh! Ob ich das noch aufhole in drei Minuten? Was würde nie jemand von uns überleben, so ist es. Was würde nie jemand überleben? Wenn sich jemand von uns hinlegt. Wie eben bei COD4. Der war cool. Siehst du, ich hab gesagt, ich schaffe mein Level ab. Der war auch ganz gezielt geschossen von dir. Ist ja eigentlich mein Nehmer. Der war wirklich gezielt. Ist klar. Habt noch mehr nach. Hä? Wunderheit, Lack. Sei das, dass er so einen hässlichen Song geboren hat über... Wow! Wow! Ja! Ja! Genau. Ja, spring halt noch mehr rein, Alter. Deine Schlüsse sind so leicht voraussehbar. Äh, deine Sprünge. Ja, ich wollte auch eigentlich was machen, aber dazu kam es dann irgendwie nicht mehr. Hab ich gemerkt, irgendwie. Oh! Genau als das... Alter! Jetzt schieß ich immer einen Ticken zu früh. Alter! Der erste... Der erste... Die erste Drehung mit Schuss, die war so knapp vorbei. Ja, ja, ja. Mein Tick! Den guck ich mir an. Oh, naja, du warst wieder gelandet. Aber eine Drehung. Oh, war das knapp. Ja, was? Wacht, 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 wacht den nicht töten kurz. Steuerung, was da... Wo war das? Wo war das... Wo war das... Wo war das... Sensibilität... Äh, bei... Bei Sicht. Ja. Das war ein cooler Kill. Ja, so sollte... Oh, Alter, ich komm gar nicht noch gleich. Egal, dann... Seh ich jetzt einen, der sich immer ganz schnell bewegt. Yay, Marathon forever. Oh, yeah. Komm, zeig dich. Oh. Alter, ich drehe mich jetzt immer zweimal fast. Ach. Nee, so kann ich nicht spielen. Aber ich... Und wie ich damit treffe. So, na, ja, doch, so ist gut. So ist nicht ganz so langsam wie... Aber immer noch... Oh, Gott. Boah, war das knapp. Wo bist du? Oh, ich... Oh, das wird so lustig, wenn du dir das Video anguckst. Das glaubst du nicht. Ja, vor allem, weil ich jetzt gar nichts mehr hinbekomme. Oh. 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 Irgendwann halt schon tut... tut. Oh. Unentschieden. Okay, jetzt mach ich einen übelst fetten 360. Nach Sekunden. Ja. Nein! Du bist so ein Spaß-Ti. Ha! Ich hab die Abschlusskommung noch nicht mehr gesehen. Gewonnen, Digga! Meint der noch einen Kill mehr zu haben? Ja, das ist mal. Dafür hatte ich ganz viele coole Kills. Ha. 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 Ja. 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 Okay, das war's auch diesmal wieder. Ja. Von... Von uns. Vielleicht... Okay, es kommt eh noch mehr, aber... Ähm... Ja, okay. Verabschiede ich sie... Verabschiede ich sie auch noch. Ich hab gesagt. Verabschiede ich sie dich auch noch. Natürlich. Ja. Ich verabschiede mich hiermit bei euch und... Kommis machen, wenn euch die Schnauze... Ach, halt doch die Schnauze... Gameplay gefällt. Ja, vor allem dein Gameplay. Deine Mama. Okay. Äh, ja. Dann bis vielleicht zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.